Bhagavad Gita, Vers 2.38 Kämpfe um des Kampfes willen und lass dich von Glück oder Leid, Verlust oder Gewinn, Sieg oder Niederlage nicht beirren. Auf diese Weise wirst du keine Sünde auf dich laden. Erklärung Shri Krishna sagte zu Arjuna ganz offen, er solle um des Kampfes willen kämpfen, da die Schlacht sein Wille sei. Bei Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein fragt man nicht nach Glück oder Leid, Verlust oder Gewinn, Sieg oder Niederlage. Transzentrales Bewusstsein bedeutet, dass alle Handlungen für Krishna ausgeführt werden. Auf diese Weise folgen keine Reaktionen auf materielle Aktivitäten. Ein Mensch, der in der Erscheinungsweise der Reinheit oder Leidenschaft versucht, seine eigenen Sinne zu befriedigen, ist in guten oder schlechten Reaktionen ausgeliefert. Aber einer, der sich den Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein vollkommen hingegeben hat, ist niemanden mehr verpflichtet, noch muss er irgendeine Schuld begleichen, wie es bei den Aktivitäten im materiellen Leben üblich ist. Es wird gesagt, Jeder, der sich Krishna-Mokunda vollkommen hingegeben und alle anderen Pflichten aufgegeben hat, ist niemanden mehr verpflichtet oder irgendjemanden etwas schuldig, weder den Halbgöttern, noch den Weisen, noch den Mitmenschen, noch den Verwandten, noch der Menschheit, noch den Vorvätern. Bhagavatam 11.5.41 Das ist der indirekte Hinweis, den Krishna Arjuna in diesem Vers gibt. Und in den folgenden Versen wird dies eingehender erklärt werden.